Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stranded Alien Dawn. Wir bleiben auch weiterhin beim System, zwar Ingame Tage ist eine Folge. Ich habe das Gefühl, es geht echt viel weiter, wahrscheinlich werde ich im Winter mein blaues Wunder erleben dann. Aber es wird nicht so schlimm, weil ich habe euch dabei. So, wir haben ja einen kleinen Lagerraum gebaut, das ist gut, ich hätte gerne... Ja genau. So, wir machen mal wieder die hier, super. Burnout, super. Ach komm, 4 Uhr früh. Könnt ihr alle nicht schlafen hier drin, 20 Grad? Okay, geht zur Welle. So, wie weit ist das? So, ich hätte gerne genau hier Kürbis geerntet und dann fielen mir nochmal genau die hier fielen mir auf. Observe. So, genau. Diese Baumwolle hier. So, was sind wir gerade am erforschen? Wir sind am Geräusch... Oh ja, spaceship deconstructing. So, unrelaxed, freut sich aber über die Wühlstampe. Alles gut. Alles gut. Ja, 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 aber was tut sie jetzt? Das gefällt ihr alles nicht. Schon klar. Okay. Breitblättrige Pflanze. Ist das die, die aussieht wie Baumwolle? Ja. Heblättrige Pflanze. So. Und ganz gemütlich. Er ist noch. Ja, ist okay. Das kann er auch tun. So. Da würde noch Holz am Boden liegen. Ja, cool. Was auch immer ihr da noch findet. So, Emelin. Neue Ressource. Silikon. Gut. Gut. Christa macht das. Ich habe da... Da sind mir einfach zu viele Tiere hier rundherum. Oder? Also, schau mal ein wenig an. Er bringt 55 Scribe mit. Das ist gut. So, Maki isst noch. Wie viel Essen haben wir noch? Okay, ja, das reicht. Vorerst mal, natürlich. Oh. Die hat ganz schön viel Silikon dabei. Ich bin am überlegen, ob man die... Alles sehr nah bei diesen Tieren. Ah, komm. Lass es fertig machen. Oh, liegt da viel noch. Oh. Okay. Was für ein Riesen... Oh, Rieseninsekt. So. Maki craftet ein wenig. Finde ich auch gut. Was macht ihr hier? Das ist Kavansch. Ja. Ist okay. So. Emeline trägt... ...Kürbis. Lara trägt Silikon. Maki craftet ein wenig. Und Krista geht observieren. Jawohl. Jawohl. So ist gut. So ist gut. So ist's toll. So. Wir könnten am Parallel hier... ...die Fans... ...die Fans... ...Fortification... ...Wooden... ...Wooden... ...Fans... ...Stone... ...Fünfzig Integrität... ...Zwohundertfünfzig Integrität... ...Hm... 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 ...Ich bin... ... ham... ...Angefangen, wieder weggegangen. Da kommt der Silikon ran. 520 von dem Zeug. Endlich, endlich wird das abgeräumt hier. Das ist auch nicht so viel reinzumachen. Endlich. Ah. Was lange wird, wird endlich gut. Was haben wir da für Zeug? Sehr gut. So, Emeline trägt hier was zur Lampe. Dann mal kurz bei Jack vorbeischauen. Der macht seinen Job hier. Super. Sind wir schon bald durch? Er ist jetzt fertig. Wir haben schon 4 von 6. Und... Einzig Stück davon. Super. So, was macht Lara? Lara transportiert... Oh ja, sie räumt endlich dieses Regal leer. Oh ja. Endlich. So. Ich bin zufrieden mit unseren Antibiotika beständen. im Moment. Im Moment. Im Moment. Im Moment. Lara. Ach Lara, macht jetzt mal. Okay. Magi. Observiert mal wieder. Das ist gut. Und Christa. Oh ja. Oh ja. Super. Super. So. Und hier haben wir das Bishop Deconstruction. Okay. Jake muss essen. Da hilft nichts. Da ist wieder was fertig. Bis wie viel? Bis 50. In Stock 44. Und hier in Stock 20 bis 100. Okay. Da können wir diese Kürbisse verarbeiten. Kann man mal noch was verarbeiten? Ah, die Diebenbeeren. Die Gebären. Ist okay. So. Was haben wir da? Rotted Away. Yeah. Wir haben aber eh Neues geholt. So. Was haben wir da drinnen? Scrap Club. Yeah. Drei Leder nur noch. Wir müssen jagen gehen, glaube ich. So. So. Lara ist auch. Ähm. Ja. Wir müssen. Christa? Oh, du bist bald fertig mit diesem Baumwolle Zeug. Das ist cool. Das wäre halt wichtig, dass wir nach dem Sommer das erledigt haben. Pommeswolle. Sie hat's geschafft. Sie hat's geschafft. Sie hat's geschafft. Sie hat's geschafft. Ja. Super. So. Alle entspannen sich. Emily macht auch ein wenig Party. Oh, da haben wir die schon. Zwölf Tage. Zwölf Tage. Wie lange brauchst du? Zwölf Tage zu 35 Tagen. Und die hier? Zwölf Tage. Neun Tage. Okay. Kannst du weit schießen die? So. Er punched the pole. Ö Ö Pole. So. So Bodentower. Auch eine schöne Sache. Gate. Ähm. Ich hätte echt gern Fortification. Können wir Trap schon aus was anderem bauen will? Ja. Kann man das jemals aus was anderen Bauern fortifizieren? Ich hätte das echt gerne stehen. Gibt es das auch aus was anderen? Brick Runes. Carbon Runes. So, alle schlafen super. Ich habe schon tolle neue Ideen für den nächsten Tag. Was mich etwas stört ist das hier. Ich würde es echt gerne so machen. Ja, es muss sein. Die müssen weg, weil hier kommt noch ein Fade her. Ja. Going to Sleepy Air. So, was haben wir bei der Produktion schon gemacht? Fermentation. Fermentieren. Gibt es drauf. Yeah. Ja. So. So, lassen wir alle mal schlafen. Also, hier kommt noch ein Zaun her. So. So, lassen wir alle mal schlafen. So. Fans. Machen wir auch rum. Drei, vier, fünf, sechs. So. Und ich hätte gerne... Fenstor. So. So ist es gut. So. Farm. Welche Temperatur hälst du aus? Bis 50 Grad? Minus 30 Grad, das Zeug. Minus 2 Grad. Ich überlege nur gerade, was wir jetzt anbauen könnten. Ja. Dann geht's wohl das mal. So. So. Oh. So. So. Dara. Ich hätte gerne, dass du Schnee beginnst mitbauen. Endlich. Emeline. Ich hätte gerne, dass du Schnee beginnst. Emeline will nicht. Insufficient Skill Level. Verdammt. Kannst du das bauen? Warte mal. So. Und wenn Jack fertig gegessen hat, würde ich sagen, soll ich mal hier die Bäume abschlagen. Let's explore. Ui. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö im Moment noch nicht. Observing Tube Plant, da bin ich echt gespannt, was da rauskommt. Einmal in Harvesting, finde ich gut. Check, repariert mal. Schon langsam wird hier das Zeug auch aufgeräumt. Finde ich ausgezeichnet. So, was haben wir? Risk of Meltdown. Magi, warum? Magi isst doch. Er muss ja gut gehen beim Essen. Nehmen wir eben Construction Booking. Sie können herrlich gucken. Lassen wir sie mal gucken. Stressed out. So, Hot Drinks. Wow. Spaghetti. Wie cool. Oh, das können wir nicht machen. Hot Drinks? Coffee? Oh, das können wir nicht machen. Errungenschaft freigeschalten Pillow Füller. Okay. Ich bin Posterfüller. Gut. So, da sind wir auch fast durch. Jack, wo bist du? Wie ist deine Stimmung, Jack? Die ist super, Jack. So, Cutting, das lass ich dich noch machen. Yeah. Mach mal hier. So, und dann holen wir uns Leder, oder? Wo waren die? Hat der dir was? Raw Red Meat? Nö. Die hat anders. Die hat noch Leder. Okay. So, Jack transportiert. Lara, Christa, wie geht's dir? Geht gut. Da unten wären auch welche. Die könnten wir uns auch holen. Sind auch diese... Oh, die kennen wir auch noch nicht. Ja, ist okay. Vorbei, Jack. Wenn du schon unterwegs bist. Er hat eh gute Stimmung. Ich hoffe, es passiert ihm nichts. Da war sie. Christa geht essen. So, vielleicht sind wir mit dem hier. 45%. Ja, besser als nichts. Okay. Er beobachtet. Oh, wie weit ist das? 46. Das ist gut. Super. Das sollten wir hier wegwerfen. Das sollten wir hier wegwerfen. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr euch zu essen nehmt. Nicht das mit dem Grün. Okay. So, wie geht's dir beim Observieren? Hey, du bist bald fertig. Du bist bald fertig. Da liegt nichts mehr rum, oder? Wir haben alles aufgehoben. Okay. Wir haben alles aufgehoben. Wir haben alles aufgehoben. Giftige Substanz. Super. Okay. So, pass auf, Jack. Ach, du gehst jetzt. Okay. Er geht observieren. Das ist gut. Wir könnten ihm mal das da töten lassen. Öh. Wir lassen ihn das ganz normal machen. Ja, 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 ja. So, beobachte bitte die Pflanze. Schön, da verbringen sie alle ihre Zeit bei den Tischen. Sehr cool. So, das bitte ausräumen aus dem. Das ist ja... Sollten wir auch schon weggeben. Was können wir machen? Tasty. Red. Oh, wie cool. Haben wir das? Oh, wie cool. Sehr cool. So, Jack. Okay, du gehst essen. Gut. Jack geht essen. Ach ja. Der gute Jack. So, ich hätte hier gerne noch ein Häuschen gebaut. Eher dann aber in der Kategorie Schlafhäuschen. Was macht sie da? Ach, Mandagen. Okay. Okay. Ich glaube, wir werden das ja auch ändern. Zum eingelegten Gemüse. Hier. Hier. bin ich aber echt erschrocken. Sie macht tatsächlich Brot. Emily macht tatsächlich Brot. Super. Super. So, was holt er sich hier? Hier. Die Kürbis. Hier. Wieso so stressed out? Neue Ressource Brot. Hat sie super gemacht. Was können wir noch machen? Boah, das ist natürlich. Wir haben einfach zu wenig Essen. Da bräuchten wir Grain. Oh, okay. Das Bett ist doch leer. Christa. Wie weit ist sie eigentlich mit dem? 76 Prozent. Okay. 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 So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Welassen. Untertitelung des ZDF, 2020